Musik Kanger Training Kanger Training Kanger Training Kanger Training Es ist ein Fitness-Workout für Mamas, aber mit Baby Das Baby ist in der Trage Dass Baby an sich gekuschelt haben, während der Trainingseinheit Dass sie gut und gesund getragen werden Du brauchst keinen Babysit, das kannst du ein Baby mitbringen Die meisten Babys lieben es und kuscheln sich an die Mama und schlafen ein Wir machen Intervalltraining, wir machen was für unsere Muskeln Tanzschritte, Übungen für den Beckenboden, Bauch, Rücken Für die Beine, für die Arme Muskelaussauerübungen Wir machen Corleos, Musik, das gesamte Paket Das macht ganz viel Spaß Musik www.kangertraining.at www.kangertraining.com www.kangertraining.com Oder at Oder de www.kangertraining.at Gehen, da finden Sie eure Trainer Und wo die nächsten Kurse sind, dann könnt ihr gleich dabei sein Können wir das waschneiden? Ja I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, fire at all. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, Tchao!!!!!